Also wir haben das große Glück, dass wir ausschließlich Leute hier am Start haben, die ich sehr mag. Das heißt, das Team funktioniert, finde ich, ganz ausgezeichnet. Es sind einfach durchweg positive Wellen und das überträgt sich natürlich auf die Musik. Natürlich, das beeinflusst einen auch schon ein bisschen, wenn man das dritte Mal eine Basslinie eingespielt hat und man kriegt zu hören, ah, versuch's nochmal. Das zweite Mal war fast gut und so weiter. Aber in der Regel, also bisher wird es eigentlich ganz ausgezeichnet. Bis zum nächsten Mal.